Der US-Wahlkampf erreicht einen neuen Höhepunkt. Kamala Harris liegt laut Kryptowetten vor Donald Trump. Kryptowetten gewinnen zunehmend an Bedeutung in politischen Vorhersagen. Harris hat deutlichen Vorsprung in den aktuellen Wetten vor Donald Trump. Auch wenn Kryptowetten keine offizielle Wahlprognose sind, spiegeln sie dennoch die Stimmung vieler Investoren wider. Wetten auf Kryptowährungsplattformen bergen allerdings Risiken. Verluste des eingesetzten Kapitals sind möglich. Die Entwicklungen bei politischen Kryptowetten zeigen, wie innovative Technologien traditionelle Wahlprognosen verändern können. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.